Herzlich willkommen zur Astlepios Informationssendung. Egal um welche Krankheit es geht, den Aufenthalt in einer Klinik empfinden viele als eine ganz besondere Situation. Die Sache ist ernster, es geht nicht nur um einen blauen Fleck und manche von uns machen sich dann vielleicht sorgen oder fühlen uns hilflos. Dann ist es umso schöner, wenn einem die Ärzte und die Pfleger und die Krankenschwestern mit Anteilnahme begegnen, mit Empathie und mit Herz. Bei mir ist Prof. Dr. Caroline Tonus. Sie ist Chefärztin der Allgemeinen und Visteralschirurgie an der Astlepios Klinik Nordheitberg. Schön, dass Sie da sind. Sagen Sie, bevor wir darüber sprechen, wie Sie für das Wohlbefinden der Patienten sorgen, erklären Sie uns doch erst einmal, mit welchen Krankheiten kommen denn die Patienten überhaupt zu Ihnen? Wir bieten alle Operationen an, die im Bauchraum gelegen sind, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass es immer gut ist, in einer Abteilung einen bestimmten Schwerpunkt zu haben. Denn was man häufig macht, macht man besonders gut. Und das sind bei uns alle Darmerkrankungen. Und ich kann das vielleicht gerade auch hier zeigen, da sieht man ja oben den Dünndarm, das sind viele Meter. Das betrifft den gesamten Dickdarm, den Enddarm und auch den After. Und da behandeln wir sowohl gutartige als auch bösartige Erkrankungen in offener Technik, aber auch in der Schlüssellochtechnik. Bösartige Erkrankungen, das heißt also auch welche, die unter Umständen zu einem bösen Ende führen könnten? Stadiumabhängig. Wir hoffen ja, dass die Vorsorge in Deutschland greift, dass viele zur Vorsorgespiegelung gehen, dass wir die Tumoren in frühen Stadium erwischen können und demnach auch entsprechend gute Heilungsraten erzielen können. Aber natürlich haben wir auch mit Sterben zu tun. Und dann haben Sie die Patienten vor sich, die sich vielleicht Sorgen machen, die Angst haben oder die vielleicht auch Schmerzen haben. Sie haben Ihre Abteilung in einer ganz besonderen Art und Weise aufgestellt, um dem zu begegnen. Was machen Sie da? Wir haben zwei strukturelle Dinge neu eingeführt. Das eine ist eine sogenannte Teambesprechung. Da treffen sich einmal pro Woche nachmittags all diejenigen, die in der Therapie des Patienten zusammenarbeiten. Vertreter der Pflege, der Ärzteschaft, Ernährungsberatung, Seelsorger, Stomatherapeuten, Physiotherapeuten, Überleitung, Sozialdienst. Und da bringen wir uns alle auf einen Stand, weil wir wissen, dass Patienten ihre Sorgen und Nöte nicht immer nur dem Arzt anvertrauen, sondern eher mal vielleicht der lieben Nachtschwester oder der Dame, die das Essen bringt. Und so sitzen wir dort zusammen und bringen uns, wie gesagt, immer wieder auf einen Wissensstand. Und strukturell hat es den Vorteil, dass man sehr effizient in kurzer Zeit, weil man immer weiß, da sitzen wir zusammen und können die Dinge miteinander besprechen, auch Dinge für die Zukunft regeln kann, zum Beispiel eine Kur, die vorgesehen ist als Anschluss-Heilbehandlung oder wann wir den Patienten überleiden können mit einer speziellen Wunde etc. Also struktureller Vorteil, aber auch sehr viel Blick auf die Menschlichkeit, auf den, nicht nur die Erkrankung, sondern den Menschen insgesamt. Ja, der Mensch insgesamt. Die Information fand ich eben interessant, dass sich die Patienten nicht automatisch immer der Chefin anvertrauen, sondern eben tatsächlich auch jemand ganz anderen. Mögen Sie uns darüber mehr erzählen? Das ist meine Erfahrung. Über 20 Jahre betreibe ich Chirurgie. Ich glaube ja, dass ich besonders viel Empathie rüberbringe. Deshalb hoffe ich schon, dass bei uns die Chefin auch vieles weiß, aber mit Sicherheit nicht alles. Und das ist auch gut so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist gut, wenn wir als Team arbeiten und eben diese verschiedenen Blickwinkel auch zusammenbringen, weil das manchmal auch so die Wahrnehmung des Patienten etwas verändert. Und Chefin ist ein Glied im Team. Ja, und dieses Team ja dann wahrscheinlich auch noch im Schichtdienst, sodass es auch organisatorische Vorteile hat, dass man sich zu festen Zeiten versammelt. Genau. Die Chirurgen sind oft schlecht zu erreichen. Unsere Hauptwirkungsstätte ist ja im OP. Und dann weiß man immer, zu diesem Zeitpunkt sind alle versammelt. Man kann sich die Fragen bündeln. Und das halte ich für hocheffizient. Dauert ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Aber bringt aus meiner Sicht viel mehr Zeit wieder rein, die man sonst am Telefon verbringt oder E-Mail schreibt. Also ich bin davon überzeugt, habe das etabliert schon zu Zeiten im Rhein-Main-Gebiet und habe es immer beibehalten, weil es aus meiner Sicht und auch aus Sicht derjenigen, die es dann mitgemacht haben, eine gute Sache ist. Was tun Sie außerdem, um dem Patienten das Gefühl zu geben und die Sicherheit, dass er beachtet wird, gehört wird? Uns sind die Angehörigen wichtig. Deshalb haben wir zweimal die Woche Angehörigenvisiten, sogenannte Angehörigenvisiten, etabliert. Die finden nicht wie diese Stationsbesprechung, die ist ja in einem Raum separat, gehen wir bei diesen Angehörigenvisiten an das Patientenbett. Und das ist ausgehängt, Montag, Donnerstag Nachmittag ab 16 Uhr mit etwas Geduld. Und da kommt ein Arzt, bestenfalls auch mit einer Begleitung durch die Pflege, das ist nicht immer möglich, aber ein Arzt, der Entscheidungen treffen kann. Und dann stehen wir zum Gespräch bereit für alle Fragen und geben somit das Gefühl, dass nicht nur der Patient alleine sozusagen mit uns das Weitere festlegen muss oder darf, sondern Unterstützung hat durch sein soziales Umfeld. Das ist, weiß Gott, nicht immer ein normales familiäres Gefüge, das kann der beste Freund sein. Alles möglich für uns, aber wir freuen uns, wenn mehr als zwei Ohren da sind, um in dieser Situation, in der ja viele aufgeregt sind, auch besser und mehr wahrzunehmen. Und abgesehen jetzt davon, dass ich meinen Ehepartner dabei haben kann oder andere Angehörige, was unterscheidet die Visite von der üblichen, die ja morgen stattfindet? Morgens ist viel Routine, in der Chirurgie muss es am Morgen geregelt sein, sonst läuft es tagsüber nicht. Und zum Beispiel, Sie sind am Dickdarm operiert und der feingewebliche Befund steht aus. Dann wird es das bei uns nicht geben, dass man morgens eben mal zwischen Türen angesagt, übrigens der Befund ist da, es war leider nicht gutartig, also es ist ein Krebsleiden und Sie müssen Chemotherapie bekommen. Also sowas finde ich unmenschlich, darf es in meiner Abteilung und wird es auch nicht geben. Sowas heben wir uns für ein ruhigeres, privateres Ambiente am Nachmittag auf und sagen dann, wir gehen davon aus, morgen Nachmittag sind alle Befunde vorhanden, laden Sie bitte diejenigen dazu ein zum Gespräch, die Ihnen wichtig sind, dass wir das in Ruhe erörtern können. Und dann berichten wir erstmal genau, wie ist die Operation gelaufen, malen auch gern nochmal auf, das ist dann besser zu verstehen, was haben wir gemacht, wie ist das Ganze wieder zusammengefügt, wie ist das Tumorstadium und was ergibt sich daraus. Und ich hatte auch schon durchgehört, dass da dann sozusagen das Zimmer nicht so voll ist von so vielen Assistenten und anderen, die da auch noch hinten dran die Protokolle führen. Wir kommen in der Kleineren, ganz wichtig, dass man dieses privatere Miteinander aufbauen kann. So bitten wir natürlich, auch wenn es kein Einbettzimmer ist, wenn möglich den Nachbarn oder die Nachbarin das Zimmer zu verlassen oder aber wenn das nicht möglich ist, dass wir uns auch in ein Arztzimmer zurückziehen. Also ein möglichst persönliches Ambiente auch in der Klinik zu schaffen. Aber das kostet ja schon auch extra Zeit für Sie, oder? Ja, wobei ich immer den Eindruck habe, wenn man einmal richtig bespricht, das ist am Anfang bei dem ersten Kennenlernen ganz wichtig, dass man sagt, so ist unser Plan, auch mal in den Atlas schaut, bei mir liegt immer ein Atlas, ein Anatomieatlas auf dem Schreibtisch, um zu zeigen, da ist die Erkrankung, das haben wir vor, so sind die Wege. Das ist einmal Zeit, aber im Verlauf des Krankenhausaufenthalts nivelliert sich das wieder, weil die Patienten sind gut aufgeklärt. Die sagen genau, jawohl, hatten Sie mir schon genauso vorausgesagt, auch mit allen Eventualitäten. Und dann sind die Gespräche im Verlauf besser strukturiert. Anfang ist ganz wichtig und dann natürlich, wenn man sozusagen zum Ende hin miteinander besprechen muss, welche Konsequenzen sich ergeben oder was es dann auch wirklich gewesen ist. Das wissen wir ja oftmals zu Anfang nicht. Ja, und wie behalten Sie die Angehörigen dann auch weiterhin noch im Boot? Sie können jede Woche zweimal nachmittags, sind Sie herzlich eingeladen, zum Gespräch zu kommen. Dann kann es auch mal sein, dass man sagt, letztes Mal ja alles miteinander beredet, der weitere Weg ist klar und dann besteht kein Gesprächsbedarf. Aber Sie wissen einfach, Sie sind routinemäßig zweimal die Woche, können Sie einen Arzt am Patientenbett nachmittags in Ruhe sprechen. Und wenn dann die Operation erfolgt ist und vorbei ist? Das machen wir ohnehin so. Das lebe ich auch ganz konsequent vor. Ich verlange es auch von jedem Operateur in unserem Team. Wir fragen vorher, sollen wir jemanden informieren? Wir müssen uns das ja auch bewilligen lassen. Dann haben wir entsprechende Nummer und melden uns immer direkt nach der Operation und erzählen, wie die Operation selbst verlaufen ist. Ich hatte das Glück, ich durfte viel reisen durch Stipendien und Preise und hatte das in Amerika erstmals gesehen. Da ist das schon viele Jahre Usus und so langsam ist das auch hier nach Europa geschwappt, dass es eben nicht nur um Patienten geht, sondern auch das Umfeld ganz wichtig ist. Es ist immer jemand zu Hause, der sich Sorgen macht. Ja, genau. Dem man dann eben auch begegnen kann, indem man den Ablauf in einer Abteilung anders strukturiert. Aber es geht ja auch noch um Sie persönlich, also um vielleicht die Einstellungen zum Patienten oder vielleicht auch um die Sprache. Es geht ja doch um ein kompliziertes Fach, das da zu erklären ist. Und die meisten Patienten sind ja doch Laien in ihrer eigenen Krankheit. Ganz wichtig ist, in einfachen Worten zu sprechen, dass man uns verstehen kann. Und das lebt man auch vor, weil Sie sagen, wie überträgt man das auch aufs Team. Das hat ganz viel auch mit Vorbildfunktion zu tun und wie man natürlich dem Patienten begegnet. Also ich selbst gehe ganz offen auf einen Patienten zu. Vielleicht kann ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe keine Ärzte in der Familie. Wusste schon als kleines Kind, dass ich im medizinischen Bereich tätig sein möchte. Wollte immer Krankenschwester werden. Hatte ein kleines, schickes, rotes Arztköpferchen und alle Teddybären mussten dran glauben. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es reicht vielleicht für mehr. Und auch im Studium war mir sehr schnell klar, ich möchte Chirurgie machen. Und die Chirurgie habe ich oftmals als sehr harte, auch Männer geprägte Domäne erlebt und habe gedacht, das geht auch anders. Und versuche eine sehr menschliche Ebene aufzubauen. Ich lasse diese Nähe des Patienten auch zu. Das ist oftmals anstrengend, aber so gewinne ich die Herzen des mir Gegenübersitzenden. Nicht immer, aber sehr häufig. Und so schafft man eine sehr enge Bindung. Und ich gehe auch keineswegs abends nach Hause und streife die Klinik ab oder die Sorgen der Patienten. Das ist natürlich die Kehrseite. Das nehme ich auch mit. Aber ich bekomme so viel von den Patienten zurück durch diese Nähe, die wir haben, dass der Akku morgens immer wieder voll ist. Und wie setzen Sie dieses Prinzip auch bei Ihren Mitarbeitern um? Jeder ist ja doch anders. Ja, striktes Vorleben. Gewisse Dinge kann man auch verlangen. Also jeder Operateur, der verantwortlich ist, muss nach der Operation natürlich nicht nur die Verwandten informieren, sondern natürlich zuallererst mal ans Bett gehen und mit dem, wenn wachen Patienten auch sprechen und erklären, was er gemacht hat. Und diese Zuwendung, da bin ich überzeugt, muss man immer vorleben. Und dann sehen die jungen Mitarbeiter auch, was das bedeutet und wie man auch dann letztendlich die Öffnung des Patienten herbeiführen kann. Und dann wird es auch sehr oft im positiven Sinne nachgeahmt. Und Sie suchen natürlich bestimmt auch ein Stück weit Patienten die Mitarbeiter nach diesen Charakterstrukturen aus. Ja, dennoch ist ja in Krankenhäusern Zeit, Geld. Und viele Patienten sind es ja doch gewohnt, dass eigentlich die Pflegekräfte freundlich sind, ja, aber doch auch schnell wieder weg. Wie machen Sie das? Ja, wir haben auch nicht mehr Zeit und ich glaube auch nicht mehr Geld, aber man kann die Zeit unterschiedlich effektiv nutzen. Und das meinte ich vorhin mit diesen Gesprächen. Wenn man einmal richtig und völlig fokussiert die Dinge durchgesprochen hat, dann spart man oftmals bei einer Visite danach auch wieder Zeit ein. Aber die Zeit, die man sich nimmt, da muss derjenige wirklich und soll er ja auch das Gefühl haben, er steht im Mittelpunkt und dann sind wir um ihn gescharrt. Und die Zeit nehmen bei uns. Mhm. Wenn Sie so sehr auf die Patienten eingehen, wie schaffen Sie es denn dann, sich beim Patienten unter Umständen auch durchzusetzen? Es könnte ja vielleicht doch sein, dass man ihm mal sehr herzhaft einen Rat geben muss, den er eigentlich nicht hören möchte. Ich glaube, ich habe eine gewisse biologische Autorität, die besitze ich schon auch und da muss ich sagen, habe ich wenig Probleme. Die meisten kommen ja ratsuchend und wenn man da Kompetenz mit einer gewissen Überzeugung auch. Ich bin so überzeugt von dem, was ich mit dem Patienten bespreche, was der beste Weg ist, dass ich die Probleme eigentlich, die Problemstellung kenne ich nicht oder kaum. Es ist richtig, man muss auch mal durchgreifen. Die Seite gibt es auch und dann sage ich auch mal am nächsten Tag, Sie wissen, der gute Arzt muss auch mal etwas Unpopuläres sagen oder vor allem mobilisieren. Endlich raus aus dem Bett und nicht mehr nur betütteln lassen. Das kann auch mal härter rüberkommen, aber das gehört auch dazu. Und der Patient hat einen guten Instinkt dafür, was für ihn richtig ist. Und dann sagt er auch, Sie hatten ja recht, ist schon okay. Ja. Biologie, das war eben so ein Stichwort für mich. Sind Frauen empathischer als Männer? Wie gesagt, Gender-Thema möchte ich gar nicht aufmachen, aber ich glaube, beurteilen zu können, weil ich eben schon so lange in der Chirurgie tätig bin, dass es lange eine Domäne der Männer war, die das sicher auch gut gemacht haben, aber anders. Und jetzt ist dieses zweite X-Chromosom dazu gekommen, das ist etwas mehr Fürsorge, etwas mehr dieses mütterliche Betütteln. Und ich bin sicher, dass das den Patienten sehr gut tut. Und das Streicheln mal über die Wange oder auch mal jemand zu drücken, das trägt auch zur Heilung bei. Ja. Zieht das in der Medizin kreise, dass da immer mehr Fachrichtungen auch darauf eingehen, dass es nicht nur um eine Mechanik geht bei der OP, sondern eben auch tatsächlich um den ganzen Menschen? Das muss derjenige mit Herz machen. Da sind wir wieder bei unserem Thema. Das kann man, glaube ich, auch nicht vorschreiben. Entweder ist man so gepolt und betreibt so Medizin. Es gibt auch ganz andere, die sagen, nachmittags gehe ich aus der Klinik oder abends und dann bin ich Privatperson. Das kann ich schlecht beurteilen. Das ist auch nur glaubhaft. Und auch diese, was ich ansprach mit dieser biologischen Autorität, das ist nur empathisch und glaubhaft, wenn es von hier kommt. Da bin ich zutiefst überzeugt. Vielen Dank für diese Information. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.erstlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!